Musik Guten Tag zu GECO TV Heute haben wir eingeladen zu kompetente Prominente Frau Angie Frau Angie, heute haben Sie den Rücktritt Ihrer Bundesintelligenzministerin verkündet Wie kam es denn dazu, Frau Angie? Liebe Bürger und Mitglieder, liebe Frau, wir von der CDU sind die Bildungspartei Und Einbildung ist auch eine Bildung, auch wenn da Frau Schawan versagt hat Aber wir können da leider nichts mehr machen Wir von der CDU haben gesagt, okay, Schawan, geh, wir haben politische Inkontinenz Danke bis hierhin Ich danke Ihnen für das Interview Und schalten Sie, liebe Freunde, das nächste Mal wieder ein Wenn es heißt, GECO TV Genau Tschau!